moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von 0 zum großgrundbesitzer ja ich habe die befürchtung in dieser folge wird es geld geben denke mal ein zwei vielleicht sogar drei helfer könnten fertig werden also auf jeden fall er hier bleiben auch mal kurz sitzen das ist ja nicht mehr allzu viel der wird dann einmal gleich sich zum befüllen zum dünger befüllen auf den weg machen und dann zum hof wieder weil momentan leider keine dünge aufgaben mehr da sind erst mal das gucken wir mal in der nächsten folge könnte sich das geändert haben ich werde jetzt gleich nach der folge einmal das spiel speichern und neu starten eventuell sind dann wieder dünge aufgaben da dass unsere kleinen traktoren auch immer ganz fleißig düngen fahren können ich habe ja nachgerechnet in der letzten folge ungefähr 1,2 millionen brauchen wir für die brücke wenn das alles so stimmt und Damit wir dann nämlich auch die 66 und die 65 mitmachen können, die bringen ja echt gut Geld immer. So, jetzt solltest du aber demnächst echt mal fertig werden hier. So, jetzt solltest du aber auch die 65 mitmachen. Und da ist er fertig. So, zusammenklappen nicht vergessen. Und du fährst einmal da hin, bitte. Habt keinen Weg gefunden. Oha. Hier ist doch Weg. Hier war es nicht verbunden oder was? Das wär's ja noch. Ja, lol. Da hat der Zoller vergessen, hier das zu verbinden. Aber das haben wir ja schnell gemacht. Das da hin und das da hin und danach da und und danach da. Und schon kann er den Weg finden. Achso, Geld. Geld. 9.000 für die Tasche. Ähm. Was hast du jetzt vor? Wie hast du hier? Wir haben. Super gut. Was hast du jetzt vor? Ja. Musik. Danke. Ja gut, der fährt jetzt zurück Allzu lange braucht er auch nicht mehr Der braucht noch ein bisschen länger Aber hier die große Maschine Der ist auch gleich fertig Wir können hier einmal durch die Aufgabenliste durchgucken 88, 83, huh, da gibt es einiges an Knete Ich bin ja immer noch am überlegen, ob wir Die Sachen nicht mitmachen Die 15 ist doch Hofnana, naja Ach komm So viel Minus kann das eigentlich gar nicht bringen Wahrscheinlich minimaler Gewinn Aber Hauptsache Die Hauptsache gewinnt So fährst einmal Und ist das gut So Der muss einmal sich befüllen Und dann zum Hochzug Zur 20 Und dann zum Hochzug Das ist die ganze Maschine Und dann zum Hochzug Und dann zum Hochzug Und dann zum Hochzug Und dann zum Bach ja komm, komm, halt an, wir wollen befüllen und dann fährst du zu feld 20 so, der andere Dünger Heinzel ist auf der 48 und die ist bei 80% fast das war aber knapp aber allzu lange sollte der auch nicht mehr brauchen gut, da gibt es dann auch nochmal Knete da gibt es auch nochmal Knete ich werde nach der Aufnahme das Spiel noch ein bisschen weiterlaufen lassen, bevor ich dann neu starte damit die zur nächsten Aufnahme, also zur nächsten Folge dann fertig sind weil wenn ich mir das so angucke, es sind immer nur ein paar Minuten, die da noch fehlen da können wir dann in der nächsten Folge das Geld einsammeln und gucken ich denke mal, wie gesagt, da werden noch neue Aufträge dann reinkommen bis neu starten aber der sollte aber mit seinem Sackgut jetzt hinkommen, der sollte wahrscheinlich nicht nochmal auffüllen müssen naja, der hier wird zum Beispiel gleich fertig werden aber der sollte noch in der Folge jetzt fertig werden 52, wie viel Prozent hat die 52? naja, fast 90 achso, wir können in der Zeit hier aber, brauchen wir nicht da zugucken wir können hier einmal füllen 1.000 für eine Füllung geht eigentlich noch und dann fährst du mal zur 15 10 äh... das machen wir mal aus Bzw. legen wir das auf die andere Taste. Den stellen wir jetzt hier hin. Gehen die nicht immer im Weg. Schmerz den Boden an. Ansonsten an. Die Lüge in der St. Die Lüge auch mit mir im Weg. und so ein K OK. ja da gibt es einiges an geht der nächste folge er ist dann fertig er eher nicht wer auf jeden fall der sollte jetzt gleich verdienen kann man schon lange kannst du nicht mehr brauchen ja Die Bahn ist noch zu Ende Und dann wollte es eigentlich soweit sein Denke ich mal Die Bahn ist noch zu Ende Ah wie sieht es jetzt aus Komm 4% Eieieieiei Oh wohl doch noch die kurze Seite Hier Und wir noch mal kurz gucken Was der Flüge Ah jetzt ist der auch wieder vernünftig aufgeklappt Der Flug, das ist gut Oh der braucht noch eine ganze ganze Weile Gut Mach das mal was an Na Der Rad sollte aber noch mal reichen Ich hoffe Wäre ärgerlich auf der letzten Bahn Geh dem stark gut aus Aber ich glaube nicht Ich glaube nicht Ja, komm! Kannst du nicht mehr als so lange dauern jetzt? Vielen Dank. Eieieieiei. Fertig. Endlich. So. Und... 39.000. Bäm. Ja. Ja. Danke, dass ihr da wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht habt, würde ich mich über ein Abo freuen. Und wenn ihr abonniert, bitte die Glocke mitklicken. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ciao, ciao.